Willkommen zurück, Leute, zu Rainbow Six Siege. Heute mit TauTau, McFly, McManus und GeeksGrid. Hallihallo. Hallo, GeeksGrid. GeeksGrid. Magst du das jetzt mal erklären? Nein, mag ich nicht. Oh gut, dann magst du das erklären. Das ist ein Insider. Das ist der neue Insider. Wir spielen heute mal wieder ein kleines Casualy für zwischendurch. Wenn ihr einen weiteren Part von Rainbow Six sehen wollt, wo wir alle drin vorkommen, dann schaut heute mal bei Craps und Viper vorbei. Links natürlich auch in der Videobeschreibung. Dort geht es nämlich weiter mit dem Trouble Town Battle, das wo gestern ein Video von Lick mit und mir kam. Video müsste auch jetzt online sein, also für mehr Rainbow Six Action einfach weiter gucken. So sieht es aus. Nicht Andreas. Du bist böse. Oh, das kenne ich noch gar nicht hier. Was? Das ist ne Bikerbar im Übrigen. Wir haben doch die Barschan gespielt. Hallo, die vier Reiner. Nancy, wartest du mir... Manus, lässt du mich rein? Ich hab hier richtiges Zeug. Nein, Nancy. Ich hab hier richtiges Zeug. 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 Ich hab hier zu Schluss, wenn sie die Leute aufgeteilt haben. Deine verstärkten Wände, bitte. So, schau hier in die Tasche hin. Darf ich? Ja, warte doch erst. Ich will erst gucken. Erst Kameras. Erst die Kameras, damit die nicht wissen, wozu es ist. Ja, ich weiß. Eins. Zwei. Nein. Nein. Ich mach... Ich brauch... Ich muss es nur antippen, damit ich den Draht setzen kann. Ich wollte dann noch durch. Jetzt kannst du. Ah, okay. Es ist nur, damit ich den Draht schon setzen kann. Ich mach das nur zur Verwirrung. Ah, okay. Das nächste Mal nennst du hier auf, dann bitte. Was haben wir beim nächsten Mal jetzt? Ich habe noch genug von dem Zeug. Ja, ja, aber es ist schon Action Zone und das ist das Problem. Wenn du jetzt das Fenster aufreißt, dann ist es scheiße. Ich reiß das Fenster jetzt auf, weil ich Eier hab. Mein Name ist Xcrit. Bei mir kommt was. Jetzt schon. Ja. Die kommen hier von hinten. Also hier, oder? Nicht illegal. Manos hat einen. Ich kann auch eine Wand verstärken. Übrigens, mein Abwehrsystem ist jetzt der neue Barkeeper. Angeschossen. Oh. Was wirst du da? Das ist mein, ich hab das Fenster aufgemacht. Okay. Aber ich mach's wieder zu. Noch einen angeschossen auf jeden Fall. Ich bin mal in den Kameras unterwegs. Guck mal, da war was zum Schutz reingebaut. Brauch nicht. Okay, Loch. Über uns. Ja, blind. Einfach nur Sound. Jetzt müssen wir das mal sehen. Einfach nur Sound. Ich hab einfach gedacht, da kommt er. Ist aber schon euer. Die Kamera war zerschossen. Armer Kerl, du. Ich wusste gar nicht, was ihm geschieht. Das hat Spaß gemacht. Guck mal. Solche sind doch lustig. Hallo Gott, bist du der Echte? Nein. 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 Grundsätzlich nein. Oh, schade. Du hast uns ein Team geschrieben, Kike. GeeksGrid. GeeksGrid. Hä? Nenner. Selbst das mache ich rein. Surprise, motherfucker. Schöne Motorräder haben sie ja. Dankeschön. Oh, ja. Oh, ja. Da wo wir auch... Ach ne, da hinten sind. Nein. Nein. Der Werkstatt. Komm, dann nehmen wir den Tricky-Spot. Komm schon. Shit, hab's nicht geschickt. Ja, die haben Jäger, Smoke, Bandit, Kapkan, Doppel. Ich glaub ich hab da einen Spot. Der hat mich. Ist jetzt relativ interessant. Also von der Konstellation her an Charakteren ist einer draußen. Mh. Mindestens einer. Die haben Bandit und Smoke. Das sind zwei. Bei mir bugt deine Kamera. Kannst du noch fahren? Ich... Ich war ein bisschen rum. Wir nicht hüpfen. War ja so eigentlich gut. Also ich glaub ich hab viele Leute im Raum gesehen. Ich hing fest. Achso. Okay, okay. Na pass schon. Kann ich ein bisschen laut machen? Kann ich ein bisschen laut machen? Mh. So, Leute. Wenn ihr übrigens mehr Ranked oder Casual sehen wollt, dann sagt mal bitte Bescheid. Wichtig, ich werde auch gerne wieder Ranked-Matches bringen. Ja. Vielleicht kommt da auch noch was. Aber... Ähm... Wenn es für euch auch okay ist, dass wir Casual spielen, dann lasst mir den Mann einen Daumen da. Oder schreibt einen Kombi dazu. Bin ich 42 Jahre im Uplay? Scheiße. Was? Du wolltest entdeckt. War 40 und fake, ey. Ich wurde entdeckt. Wurde entdeckt. Wurde entdeckt. Ich glaub er meint das, oder? Kann ich mir vorstellen. 2... Ne, Level 42 bin ich. Achso. Ich bin trotzdem der Echte. Was? Echt? Er sagt, ich bin fake, ey. Ich bin real. Du weißt gar nicht, was man hier sieht. Ich mach hier auf, oder? Ja, aber passt auf hier mit den... Ja, genau. Kannst du gerne machen. Soll ich das auch sprengen, Dalu? Ja. Passt aber auf. Links, 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 links. Das. Ja, ja. Ja, es hätte auch rechts unter Mitte gehen können. McFly. Da bringt sich dein, dein Schild fast gar nichts. Ja, ich wollte hier kurz unten durchgucken, ob hier was ist. Okay. Das war ein Schild nicht unsterblich. Bist du, bist du soweit, McFly? Ja, kann nicht. Man kann's sagen. Wollen wir jetzt schon reingehen? Safe. Das ist einfach. Warte, Mann, wir sind alles zusammen. Warte, Mann, wir sind alles zusammen. Oh Gott. Ich schieß erst Bomben rein. Nancy, mach doch klar die Tür auf. Ja gut, mach das jetzt. Nancy, mach doch grad die Tür auf. Nancy, ich hab was ge... Mach die Tür. Mach die Tür auf. Ok. Wenn ich mach die Wand auf. Achtung, Hooby trappen, nach Hampshire, nach Vorsorge. Hooby trappen, nicht durch. Von oben, von oben, von oben. Zugangssperre, nice und so. Ah, umkehren, unten, links. Oh, hier geht's aber ab. Unten ist Camp Dog. Warte mal, McFly. Geh mal raus nochmal. Geh nochmal raus. Manus, du bleibst an dem Loch. Also drauf zielen. Er ist direkt um die Ecke rechts. Da, ja. Er hat Damage bekommen, lebt aber noch. Nice. Oh Gott. Das hinten im Raum ist noch einer. Das war der Manus, ja. Unten, ganz rechts im Raum, kämmt auch einer. Hast du noch eine Drohne, Manus? Was hab ich? Eine Drohne zum Steuern, auf A5 oder A6. Hab ich, warte. Du siehst rechts von dir, sind ein blauer Tisch da. Oh, scheiße, bist du mir gefallen. Da kommst du nicht wieder hoch. Das war's? Oh Gott. Hast du noch eine neue Drohne, Manus? Du fährst, er fährt, ne? Ja. Hast du auf das 6 noch eine Drohne, Manus? Das war seine. Das Problem ist, du hast gesehen, da direkt dieses Loch, wo du runtergefallen bist. Direkt dahinter, hinter dem, ähm, hinter so einer Werkbank. Warte mal, hier müssen wir ein dritten Haus geben. Werde ich der Meinung tragen, die zwei letzten. 50 Sekunden. Und go, go. Wir müssen nur in den Raum rein, also so schlimm ist es nicht. Also, ja, der kämpft halt ganz, äh, recht. Ich hoffe, ich überlebt das. Also, wenn du jetzt da hinschossst, bei der rechten Garage, da haben wir so kein Problem. Du hast nur so 12 HP, ne? Wir müssen loslegen. Ne, wir können auch in der letzten Sekunde einfach reingehen, also, Susch. Da hinten, ja. Hast du gesehen? Manus, da hinten. Da sind beide. Und der letzte ist da hinten. Ja, da, Luz. Da rechts. Schön. Ja, schön. Gut, stimmt. Wow. Mission success. Aber gut. Uh, Metallbahn. Sehr schön. Wow. Und? Die vier Reiter. Die vier Reiter hier. Immer weiter. Immer Heide. Weiter geht es weiter. Aber sicher. Wir können ja mal jetzt ein bisschen probieren. Der längste Lalle. Der Baguette. Was für ein Baguette? Ne. Was kann der Castle? Du bist ein Lager. Du bist ein Lager, ne? Manus. Ja, du. Was ist der Castle? Wir haben doch gerade ein Ranked gespielt hier vor. Ja, und da wurde nur über Castle geredet. Das sind der mit den versteckten Wetten. Die Türen und Fenster, die aus, die so aus Plastik aussehen. Ah, das ist der, okay. Das ist der Castle. Ich kenne mich leider mit den Charakteren. Hier kenne ich mich gar nicht aus. Ich gehe einfach immer nur reise und töte die Leute. Mehr ist das nicht. Wir zählen. Wir merken es dezent. Eins. So, ich habe noch zwei Panzerungen, die ich machen kann. Oben dann, Nancy. Achso, hier, die eingangs der, ja. Und dann unten noch, Nancy. Nancy, machst du noch unten deine... Ist das dein Ernst? Ja, ja, die können von unten auch kommen. Dann sind sie schon mal unten aufgehört. Oben musst du nicht. Oben musst du nicht. Okay. Weißt du die da einfach ab? Ja, ja, ja. Was machst du, Nancy? Ne neue rein. Ne bessere. Pass auf. Warte mal, wie komme ich am besten da... Wie komme ich da hoch? Ach, hier die Leiter. Okay. Okay. I'm ready. Wie seid ihr so ready? Du musst aber bitte Bescheid, wenn du dich durchsprengst zu uns. Können die hier oben die Wand nicht versterben? Die wäre nett, war. Ne, da wird Dado noch durch. Wir sind hier vor der Tür. Kannst du dich durchsprengen? Ja, Haupteingang. Haupteingang, ja. Okay. Hab einen erwischt. Noch einen erwischt. Leben auch noch alle. Ja, aber ich habe sie angehlt. Einer hat meine Bubi-Trip kaputt gemacht. Moment, hier muss ja nur eine Drohne sein. Okay. Boop, boop. Hier von der Tür weg. Besser so. Habt ihr das Loch im Blick? Wie, ich kann das hier nirgendwo aufstellen? Ach, come on. Bei mir ist eine Drohne vor der Tür, also bei mir. Riki will das nicht. Die ist wieder abgehauen. Sind über euch. Hier. Ist Term. Was, bei dir oder noch ein Zugriff? Bei mir vor der Tür ist was, auf jeden Fall. Ich hab's immer gern. Gleich kommt der Zugriff, Leute. Meine, 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 meine. Alter, ich hab das Schlager-Lieb zu Ende gehört. Jetzt kommt ein neues. Also ich hab so schön zu Ende gehört. Atemlos durch die Schlacht. Bei mir oben. Okay. Warte kurz. Leise. Nice. Shit. Ähm. Leise zusammen. Ja, ja, genau. Ich wollte hören, wenn er runterspringt. Werden sie gleich. Also ich hatte einen ausschalten können. Ich hab gehofft, das war Termite. Bin mir da aber nicht so sicher. Oben die Wand ist gefährlich jetzt. Ja. Pass auf da. Genau. Da musst du aufpassen. Wir haben hier zu zweit. Tau, Tau. Links unten. Links unten. Unter dem Regal ist dieser Lüftungsschacht. Mhm. Ja. Da ist aber nix. Ach ja, Schau. Ich schon auf jeden Fall. Aber ich sag doch nur, dass da in dem Raum sind die drin. Einer zumindest. Ich guck mal in die Kameras, ob ich noch was seh. Ich hör einen Schildtypen. Ja, ja. Hier. Das ist hinter mir. Kameras bringt gar nix. Ist er da draußen? Der Mann ist unter dir, Tau, Tau. Hinter auf der anderen Seite der versteckten Barrikade. Das könnte auch sein, ne? Tau, da bei dir würde ich wirklich weiter durch diesen Lüftungsschacht gucken, solange eh noch nichts gecallt wird. Die schweißen hier oben auf. Oh, ich bin voll geflasht. Vorsicht, Tau da. Einer muss drinnen sein im Raum. Ah. Bleib zu liegen, Manus. Bleib zu liegen, bleib zu liegen. Der hat nur mein viertel Leben. Also der hat auch schön krassiert von mir. Zwei Stück sind unten, Manus. Unten. Sie sind direkt am... Hinter dem blauen Kampus. Fuck. War aber gut gedacht. Das Schild ging leider nicht down, ne? Keiner hat den Blitz getötet. Also nicht töten können. Nancy hat die ganze Zeit drauf gehalten. Hat er gut gemacht. Mit dem M-G treffe ich kaum was. Ich wollte gerade sagen, ich hätte mega viele Leute, die damit richtig gut umgehen können in letzter Zeit. Irgendwie das Gefühl gehabt, ich hätte nur killen können. Keine Ahnung. Ich habe mir mal schwer ein M-G drauf geschossen. Das war ein bisschen... Guck mal, Nancy, Live-Ticker. Also du wurdest ja auch bei Friendly Fire erwähnt, als Geeks-Grid. Mein Name ist auch gefallen. Der wurde anscheinend richtig ausgesprochen. Dein Name? Die spielen wohl gerade TTT und da hat wohl einer gesagt, bei Darlocard klappt das immer. Hey, oh, oh. Ja, genau. Devin hier gerade als Live-Ticker in die Confi geschrieben. Ja, ja, ja. Erzähl sie sich eben, Schluss, ey. Ist wieder Garage. Oh, oder die spielen Rainbow Six. Ist ja egal, es klappt überall immer, wenn ich spiele. Hm. Oh ja, die sind in der Garage. Nice. Ich stelle mich mal irgendwo hier hin. Wo kann ich hinstehen? Oh, hier hinten. Ich hab die Kamera so richtig geil zu sehen. Äh, stell, da warst du gerade. Das hier ist echt schwer zu sehen. Wie kann ich in den Untergrund? In der Garage runterhüpfen. Nee, nee. Es ist auf der einen Seite, wo es Graffiti ist, Manus. Hier ist ein Tunnel. Warte mal, hier ist ein Tunnel. Dort ist ein Eingang zum Tunnel. Oh Gott, die geben sich Mühe. Wie geil ist das denn? Wieso? Was heißt, die geben sich Mühe, Nancy? Ja, meine Waschmaschine gibt es ja auch Mühe, ich weiß das, aber... Auf was war das bezogen? Geeksgrit. Geeksgrit, erzähl mal. In Zusammenhang. Eeeh, und so. Hm. Nicht aufmachen bitte. Das Garagentor finde ich aber ganz nice. Ich gucke mal, was da so hinter steckt, ne? Ja, weil wir... Jäger. Der Jäger ist dahinter. Ja, da kann ich nicht durchschießen Ja, warte, soll ich aufmachen? Ah, nee, das ist glaube ich zu unsicher, dann kommen die auch da raus Also wir sollten erstmal gucken, dass wir einzeln vielleicht wen kriegen Bevor wir jetzt eine Wand aufsprengen Ich bin mal über McFly drüber gelaufen Wartet mal ganz kurz, ich gucke mal, ob meine kämen Die haben auch einen Kapkan, Nancy, ja? Das heißt, pass auf diese Drähte auf Ja, ja, meine Fenn, die steht Wartet, wartet, wartet Da kommt, da kehrt deine Füße hier Über dir ist noch die Kamera, ne? Ich markier mal Na, guter Tipp Ich bin hier oben drinnen, Leute Ich bin das Tautor, die Kamera Ist auch der andere Raum, ist auch safe Also da ist komplett erstmal frei Wo ist denn hier noch eine Kamera? Leute Da ist einer Tautau Hier Warum kannst du das nicht abbrechen, du's? Jetzt haben wir eine Hälfte lebt Alter, der hat das halt einfach nicht abbrochen Tautau, warte, warte, warte Ich kann dir das sagen, wenn er jetzt wieder davorläuft Ich kann nicht, das steht unter Strom Okay Und das Problem ist, es hat nicht abbrechen können Jetzt haben wir eine Hälfte lebt Also ich weiß, meine steht auf Du kannst nur die Hauptgarage auf Du kannst nur die Hauptgarage Äh, vielleicht macht das Manus Komm mal raus Ich glaube hier direkt unter der Wand ist jemand Ja, warte Tautor, rechts von uns Also hinter, hinter dem einen, ne? Ihr seht Komm mal aufs Dach hoch, ja? Warte mal kurz, Tautau Warte, bevor du loslegst Oben ist auch einer Und jetzt schießt hier gegen Manus Hier Pass auf, die schießen da durch Die schießen da durch, dieses Das geht nicht Pass auf, der steht zu nah an diesem Rohr da Der schießt die schießen da durch Oh, Nancy Bitte, ja, warte Welches Rohr? Ah, du meinst da unten ist Loch? Alles Loch Löcher schießen die durch, ich muss ja aufpassen Ich spreng auf Okay Ich muss erstmal das Smoke weg, ich seh nix Kann man jemand noch mal markieren drin? Kann man jemand die Kameras anmachen? Eine Minute noch Ja, warte Ich weiß nicht, welche sehe Da ist er noch Der Rest ist einer Manus Flash lang Die wurde abgefangen Oh, fuck Warte, ich mach die KMS Oben jetzt, oben gucken, oben jetzt Auf den Geländern Okay, geht los Ja, ich seh einen Granate Ja, der ist oben dahinter Ich hab ihn neu schon markiert Ja, ist immer noch dahinter Direkt über Dalu Den hab ich Den hole ich Warte, lass ihn, lass ihn Aus der Fahrraube Ob wir hier aufgespinkt haben Da kommt wir jetzt Schön gemacht Manus, du Tier Manus, das Tier Ohne meine Handfrage Nachgeladen Hier Zack Ist er mit der Shotgun auf dich zugerannt Und er hat dich nicht einmal getroffen Er hat dich nicht getroffen Und es ist keine Ahnung Was da los war Das Tier Manus hat zugerannt Aber nice, ja GG So, das war ein schönes Match Hier, danke auch an die Gegner Die waren ja auch super korrekt War eine gute Runde Schaut mal bei Models, McFly, Tautown, Nancy vorbei Und für Strabatown Battle Heute bei Tactical Viper und Craps Links in der Videobeschreibung Bis zum nächsten Mal Macht's gut, bis dann Ciao Tschüss Tschüss